Mutter aller Dinge, zeige mir dein dunkles, weißes Gesicht und hülle mein sakrales Selbst in den Traummüll des Unendlichen. Ich habe mich schon oft wo neu einfügen müssen. Von Kleine auf. Die Baronin erwartet sich. Aber die Villa Rosenkreuz war schon speziell. Seko, das hört man selten. Die Anführerin der Walküren. Wow! Wir haben ein Volk zu erziehen! Ich habe ein geheimes Archiv gefunden. Dein Lebensborn Archiv? Machst du ja Vize-Vote bitte. Ich pflege die Leiterin vom Wiener Wald. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen das Projekt Lebensborn was sagt. Es war so, dass die SS damals Entbindungsheime für ledige Mütter eingerichtet hat. Das Wiener Wald war in Feichtenbach bei Pernitz. Dort bin ich geboren. Vermutlich hat sie ja deine Akte noch bei sich, oder? Bald wissen wir, was für Erbgut in ihren Adern fließt. Gebt jetzt nicht auf. Sie können hier Bedeutenderes finden als die Vergangenheit. Ich werde sie leiden. Unsere Lichtseelen sind mit Feuer getauft.